Aber das werde ich euch jetzt nicht spoilern, weil es wäre doof, weil mir wurde das auch gespoilert. Und diese Person werde ich dafür hassen. Und warum werde ich die ganze Zeit angeschrieben? Mann, 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 Mann. So. Cozy Caban. One Player. Okay, machen. Nein. Ich meine, nimm dir so viel Zeit, wie du willst, meine schöne Wii, sonst am Ende endest du wieder meinen Laptop, der auch einen Riss drin hat. Okay, ich will auf den Baum drauf. Und oben ist ein Stern. Genau. Warte mal, anscheinend muss ich hier hin, aber ich gehe erstmal nochmal hier. Okay, dann muss ich da wirklich hin. Und? So. Ähm, hallo? Achso. Ach, Kirby's Epic-Jahren und die fantastischen Ideen. Wow. Ich glaube, das war irgendwie falsch. Und Fireplace. Ähm, wie mache ich das? Ich habe keine Ahnung, wie ich das machen soll. Ah, okay. Hätte mir ja einer sagen können. Ich frage mich eigentlich schon, ist Kirby's Epic-Jahren schon ein Deutscher draußen? Weil wenn ja, würde ich mir das nochmal auf Deutsch holen und das auf Deutsch weiterführen. Aber ich glaube, bis dahin habe ich das Spiel schon durch. Also lohnt es sich nicht wirklich. Naja, wohl doch einmal die Geschichte. Naja. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Nein, nein, nein. Also bei mir auch Projektprüfungen angesagt. Beziehungsweise die Prüfungen für die Realschulabschluss. Für den Realschulabschluss. Na, ich mache nicht mein Abi. Wenn ihr euch fragt, warum. Weil ich es kann. Oh, 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 okay, okay. Ich kann mir das doch jetzt nicht holen. Oh, okay, 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 okay. Nein, ich mache den Realschulabschluss, weil ich zuvor von Abitur bin. Jetzt habe ich es gesagt. Wenn ihr euch denkt, warum, warum, warum. Keine Ahnung, ich habe einfach keine Lust auf ein Abitur. Ist mir zu viel Stress. Und ich bin eher der gemütliche Mensch. Was ist meine Mutter? Immer wenn ich an die Dinger denke, muss ich immer an die Gangster von unserer Schule denken. So. Jimmy. Ich frag mich, wieso das überrollt wird. Hanschuhhaus. Erinnert mich irgendwie an... Wububububububububub. Wie, 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 an? Wie, 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 an? Wie, 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 am? Ah, Krimp. Spongebob. Spongebob. Und ich habe Gold, fällt mir gerade auf. Ach ja, ist das nicht schön. Hm, meine Mutter hat genießt. Sagt alle Gesundheit Leute, Gesundheit! Gesundheit! Sie antwortete nicht Aber ein nächstes Mal Würde ihr sicher bekommen Und ich glaube meine Leist geht gerade voll Ich glaube weiter geht es gar nicht Mann ich bin so gut Da habe ich noch alle Schatztruhen Solche Levels mag ich Die sind einfach Warum sage ich das Wort Auch noch Okay Und ich bin am Ende des Levels angelangt Auf jeden Fall Wenn dieses Teil jetzt kommt Dann bin ich am Ende des Levels angelangt Ich könnte jetzt was machen Ja ich mache das jetzt Ich hole mir ein Secret Okay ich hole mir doch kein Secret Ich hole mir doch kein Secret Hallo Nein das wollte ich nicht machen Oh egal Nein 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 nie nein Oh Gott Ich kacke jetzt einfach mal auf die Schatztruhe Ich hab dafür leider keine Zeit So, bestimmt die CD Ich wusste es Naja, egal Ich hab mein Gold und damit bin ich zufrieden Man muss mal bedenken, dass sie sich immer wieder einen neuen Tanz für Kirby ausfallen lassen Einfallen lassen Und hätte ich alle Schatztruhen plus die CD Jopp, hätte ich Naja, egal Spoolpatch Nein, ich übersetze nicht Weil ich keine Ahnung habe, was das heißt Spinde Ich spiele das Spiel nur Ich glaube, wenn nach dem Level schon da ist, nach dem Level muss mindestens noch ein Level kommen, dann darf erst der Boss kommen Weil das wäre echt ein bisschen kurz dann Vielleicht mache ich heute sogar ein paar mehr Aufnahmen Vielleicht mache ich heute zwei Kapitel Ich bin am überlegen Ich bin stark am überlegen, weil Zicke ein Kapitel dauert Zicke ein Kapitel dauert Zicke Zicke Ein Kapitel dauert zirka Ähm Ja, eine Stunde Ich habe schon ganz vergessen, wie es gehen Ah, okay Nein Ah, Mann Ich hoffe es, wenn ich neu in ein Level reinkomme Wow, bin ich gut Nein Ah, jetzt habe ich verpasst Oh mein Gott, ich habe es verpasst Nein, ich habe das nicht bekommen Oh du fucker Solche Level mag ich Aber die gehen auch so schnell rum Nein Ah Verdammt Ich habe bestimmt sau viele Sachen übersehen Weil ich so schlecht bin Natürlich Natürlich Da war auch schon bestimmt Das erste Möbelstück Warum leckt das eigentlich bei meiner Weezung? Ich verstehe es nicht Ich fliege jetzt das Level durch Nein Cheating Cheating, Cheating, Cheating Ich habe es Oh ja Zumindest habe ich das Teil Und das war das Level schon Das Level hat jetzt zwei Minuten gedauert Ich habe nicht mehr Bronze Doch dadurch könnte ich noch vielleicht eventuell Bronze und Silber bekommen Nein, habe nicht verrechnet Und direkt das nächste Teil bekommen Jetzt muss das Kapitel mindestens zwei Level lang sein müssen Dann kommt der Boss Weil sonst ist es echt wie der Snowflake Patch Schneeflocken Patch Schneeflockenteil Ich bin so gut Ich bin so gut Ich bin so gut Ich frage mich wie es ein deutscher ist Ich meine die haben Kirby's Epic Yarn Kirby's Magischer Garn umbenannt Also die haben aus Episch Magisch gemacht Darf man das eigentlich? Ich weiß es nicht Bis zum nächsten Mal